Deine Dosis DocCheck. Wenn CT oder MRT als Zufallsbefund Pankreaszisten zeigen, ist guter Rat oft teuer. In einer neuen Studie ist das Entartungsrisiko zwar geringer als oft angenommen, einfacher wird es für Ärzte dadurch aber nicht. Wie ihr vorgehen solltet. Natürlich muss man als Praxisinhaber wirtschaftlich denken. Aber wie kann es sein, dass man unnötige Arzt-Patienten-Kontakte anstreben muss, nur um die Praxis halbwegs wirtschaftlich laufen zu lassen? Opioide einnehmen, um sich schmerzfrei zu prügeln. Die Haare fallen aus, weil man das Baby stillt und Cola und Salzstangen helfen gegen Durchfall. Was stimmt wirklich? Alle Newsartikel findet ihr hier.